. Willkommen zur Medienrunde nach dem Heimspiel unserer Zebras gegen den TSV 1860 München. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Michael Kölner und Pavel Deutschew. Michael, dann darf ich dich zuerst mit einem Kommentar geben. Ja, Gratulation an MSV zum 1-0 Heimsieg. Ja, schweres Spiel für uns, wie wir es erwartet haben. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir waren defensiv sehr aufmerksam. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht und mit Lex in der ersten Halbzeit die beste Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Ich glaube, wir haben wenig Tor-Möglichkeiten. Aber wir haben, wie gesagt, mit Lex eine sehr, sehr gute Möglichkeit in der ersten Halbzeit gehabt. Zweite Halbzeit, glaube ich, haben wir ebenfalls wieder ein gleiches Spiel wie in der ersten Halbzeit. Mit dem Rot und der Alphmeter hat das natürlich schon gestartet. Die Spiele sind extrem verschoben. Wir sind dann 0-1 in der Rückstand. Wir sind ein und mal weniger. Nichtsdestotrotz. Und dann, glaube ich, relativ schnell nach dem Tor eine Super-Kopfball-Chance von Pekaria, dem Einkauf super hält. Ich glaube, Hila hat dann gegen Palacios eine sehr gute Reflex gehabt. Sonst haben wir alles versucht in der zweiten Halbzeit, dass wir nur den 1-1 Ausgleichsreife erzielen. Sollte am Ende nicht sein. Die Mannschaft hat sich voll reinkaut, hat alles gegeben. Und am Ende, ja, mit einem mal weniger, war es dann schwer, das Spiel dann zu biegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Fabio, bitte. Ja, ich kann auch sagen, dass jetzt nicht nur 1860 sich reingehauen hat. Zwei Mannschaften waren auf dem Platz, die unbedingt gewinnen wollten. Wir haben erste Minuten Probleme gehabt. Die Mannschaft von München 1860 hat uns sehr gut angelaufen. Wir haben das nicht verstanden, dass wir ab und zu mit nun langweilen, diese Pressensituation auch zu überspielen. Haben wir zu kompliziert zum Teil gespielt und waren auch leichte Opfer sozusagen. Dann nach 20, 25 Minuten haben sie schon ein bisschen öfter die langen Bälle auf Assis, Boadus vorne angefangen zu spielen. Und dann kam auch ein bisschen Entlastung für uns. Das ist schon richtig. Das Spiel war nicht von beiden Seiten mit sehr vielen Torschancen, aber war trotzdem sehr, sehr spannend. Das Spiel war interessant. Das Spiel, wie ich schon sagte, zwei Mannschaften, die richtig super gekämpft haben. Die Bedingungen waren auch nicht leicht zu bespielen, aber ich denke, dass wir auch durch diese Elfmeter und durch die rote Karte natürlich waren wir ein bisschen ein Vorteil dadurch. Aber oft ist es ja so im Fußball, dass man weniger die gegnerische Mannschaft hat, nicht mehr zu verlieren. Und gleichzeitig, meine Mannschaft heute zum Beispiel, hat das nicht clever genug gemacht. Zum Beispiel kurz, kurz, lang zu spielen und Gegner ein bisschen ziehen zu lassen. Und das war natürlich, das Spiel trotz der Überzahl war spannend bis zum Schluss. Wir haben keine Chancen nach vorne so richtig kreiert. Und bei Standards natürlich, ob du Überzahl oder Unterzahl bist, das spielt gar keine Rolle. Und es war immer brandgefährlich. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute nach diesen englischen Wochen in sechs Tagen drei Spiele ausgetragen und nach zwei verlorenen Spielen in Saarbrücken vor zwei Tagen am Mittwoch, dass wir heute diese Leistung in der Lage waren zu bringen. Und das ist das, was ich auch an dieser Stelle an die Mannschaft kompliment machen muss. Also ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Das war ein Arbeitssieg. Hätte auch anderes ausgehen können, aber wir sind die Glücklichen heute. Und ich wünsche an Michael und den 1860 alles Gute, viel Glück. Und es sind auch so viele Spiele, so viele Punkte zu vergeben. Also alles Gute. Dankeschön. Für deinen Pavel, wir haben die Fragen der Medien gesammelt. Michael, für dich jetzt glaube ich gar nicht dabei, sorry. Pavel von Dustin Patschula von NX-Train, du hast gefragt, wie bewertest du die Leistung von Leo Weinkauf und gibt die der Defensive nochmal einen Ruck, ein Selbstvertrauen? Absolut. Also man hat schon gesehen, dass er ein überragender Torwart ist. Und der hat heute zwei, drei Situationen gehabt, wo er retten muss und der war da. Und das ist auch für einen Torwart sehr undankbar, weil der hat auch nicht viele Chancen gehabt. Aber der, was heißt nicht er, ich meine die Mannschaft von 1860, der war nicht warm geschossen, sage ich mal so. Und das ist auch Qualität für mich, wenn ein Torwart nicht viel zu tun hat, trotzdem immer da zu sein. Und zwei, drei Mal ist er auch aus Libero fast rausgelaufen. Außerhalb der Strafraum hat er abgesichert sehr guten Kontakt zu der Kette gehabt. Also Abstand meine ich zu der Viererkette. Also der lag einfach sehr stark und natürlich gibt es auch gutes Gefühl auch für die Abwehr. Die zweite Frage von Dustin Batschula ist, welche Tunnen deiner Philosophie hast du heute in der Endphase der Partie gesehen? Ja, für mich war jetzt wichtig die Einstellung. Die war da. Also jetzt kann ich jetzt nicht besonders jetzt anfangen zu reden, dass wir Zauber kombiniert haben oder weiß was ich was, dass wir super verlagert haben. Das haben wir auch nicht gut gemacht, nicht gut genug für mich. Und für mich war heute entscheidend die Einstellung. Wie die Mannschaft, als Mannschaft, alle Mann, auch die, die reinkamen, wie die gekämpft haben. Das war für mich als Trainer gut. Also es hat mir eigentlich ein sehr sehr gutes Gefühl gegeben. Da schließt die Frage von Johann Rolf von der BILFAST an. Viele Spieler haben heute den inneren Schweinefund, sagt er, über Wunden, über Schmerz und physische Grenzen gegangen. Wie sehr freut dich das? Besonders sehr natürlich für die Jungs, dass die mal sehen jetzt, wenn wir über den Punkt kommen, dass wir auch über die Schmerzgrenze kommen, dass wir auch mal auch so Siege zwingen können, das Glück zwingen können. Und das haben wir heute geschafft. Zum Beispiel in Saarbrücken war es umgekehrt. Da haben wir Rückstand, Gegentor bekommen und sind wir zusammengebrochen. Die Mannschaft muss mental stabiler werden. Und ich hoffe, dass solche Arbeitssiege heute, so wie heute, dass die uns für die Zukunft noch mehr Stabilität und Siegheit gibt. Dirk Retzlaff von der BATS NRZ und Fabian Kleintges-Doppel vom Reviersport fragen fast im selben Wortlaut, wie du die Abwehrleistung der umgestellten Defensive heute, wenn Dominik Volkmar und Sauer siehst. Ja, die Entscheidung war für mich nicht leicht. Also ich war hin und her gerissen. Da sprach auch viele Sachen für Fleckstein. Da gab es auch viele Sachen für Volkmar. Und ich habe schon ein paar schlaflose Nächte gehabt, um diese Lösung zu finden für mich. Weil der Dominik Schmidt nicht in der Lage ist, in so einer Situation englische Wochen so auszuspielen. Und von daher war es schon eine schwierige Entscheidung für mich. Und ich bin jetzt sehr froh, dass das gut funktioniert hat. Aber ich musste wissen, was ich mit Volkmar habe. Und auch, weil ich auf der rechten Seite gefällt mir viel, viel besser auf der halblinke Seite. Der ist sehr ruhig am Ball. Also diese ganze Kombination, Linksfuß auf der Innenverteidigung plus Rechtsfuß, um die Seite zu verlangen, finde ich sehr, sehr gut. Und heute hat mir sehr gut gefallen. Die letzte kurze Frage. Gibt es schon etwas Näheres zur Verletzung von Rico Palacios? Ja, das ist sehr, sehr traurig. Weil ich muss sagen, ich habe kurz davor überlegt, ihn rauszunehmen. Er ist auch ein sehr intensiver Spieler vom Laufpensum her. Der läuft sehr viel, der läuft sehr gut an. Immer laufig in der Tiefe. Und heute offensichtlich war eigentlich die Belastung ihm zu hoch. Und das ärgert mich auch, dass ich ihn nicht runtergenommen habe. Aber das könnte ich nicht erahnen, dass so etwas kommt. Und das einzige Gute ist vielleicht, dass jetzt irgendwann Länderspielpause kommt. Und vielleicht danach ist er wieder da. Das ist mein Ausflug. Da werden wir Anfang der Woche noch ein bisschen mehr wissen. Und dann natürlich auch weitergeben. Ja, Michael, vielen Dank für die Geduld jetzt. Beim Tränen vielen Dank für die Statements. Euch einen guten Nachhauseweg mit dem Bus nach München. Und bald ein richtig gutes Wochenende. planfrage. yn